Die Flüchtlingsproblematik beschäftigt uns auch in diesem Jahr sehr, wie auch im letzten Jahr. Die Haltung der CSU, die Verfahren zu beschleunigen, unterstütze ich ausdrücklich. Es ist auch keine neue Initiative der CSU, sondern es ist die gemeinsame Haltung der Koalition bereits im Koalitionsvertrag niedergelegt. Ich möchte auch zu der Frage, ob jetzt das eine besondere Verschärfung des Asylrechts ist, sagen. Das ist nicht der Fall nach meiner Meinung. Die schnellen Verfahren sind im Interesse nicht nur unserer Kommunen und Landkreise, sondern auch im Sinne der Betroffenen. Sie haben dann schnell Klarheit, ob sie eine Bleibeperspektive haben. Wenn sie diese haben, dann dürfen sie in Zukunft arbeiten. Sie werden schneller integriert und wenn sie diese Bleibeperspektive nicht haben, dann ist es auch für sie besser, dass klar ist, dass sie unser Land wieder verlassen müssen.